Hallo, nachdem wir jetzt unseren ursprünglichen Auftrag, nämlich den Einbau des Impressums und unseren Hotfix umgesetzt haben, das war ja dieses, dass die Seglinde da raus muss, wollen wir das Ganze jetzt zusammenführen. Das heißt, wir wollen jetzt eine Version haben, ohne Seglinde, aber mit Impressum. Wir haben jetzt im Moment online eine Version ohne Seglinde und ohne Impressum. Und wir haben aber jetzt verändert eine Version, in der quasi das Impressum drin ist, aber da ist die Seglinde noch drin. Das führen wir jetzt zusammen, mit dem Merge-Tool machen wir das. Ich würde nämlich jetzt hier gerne mal die Gelegenheit nutzen, zu zeigen, wie man das macht, wenn sich die Änderungen in so zwei Branches überlappen. Wenn man also nicht einfach sagen kann, okay, hier werden zwei Zeilen hinzugefügt und hier werden zwei Zeilen weggenommen, sondern so, dass wir selber entscheiden müssen, welche Änderung übernommen werden soll. Bevor wir die Änderungen jetzt einchecken und nachher mit dem Master zusammenmergen, würde ich gerne hier noch einen Eintrag machen. Ich möchte nämlich damit provozieren, dass wir nachher einen Konflikt bekommen, sodass ich Ihnen das Konfliktmanagement nochmal vorführen kann. Und deshalb schreibe ich jetzt hier oben in den Bereich, wo wir eigentlich was gelöscht haben, einfach noch tolle Aktionen rein. Dann speichere ich das ab. So, dann haben wir eben das Impressum hinzugefügt. Das heißt also, was wir jetzt tun müssen, ist noch das Impressum auf die Stage springen. Machen wir das mal eben. Also, add Impressum und jetzt können wir quasi die Änderungen committen, also sprich ins lokale Repository einchecken. Also geht commit, jetzt Issue Nummer 1, Impressum hinzugefügt und verlinkt. Was machen wir jetzt mal? Sehen wir, erscheint hier eine neue Version. Das ist jetzt also als neue Version hier in diese Versionskette unter dem Label Issue 1 eingecheckt. Gut, das Mergen funktioniert genauso wie eben. Wir gehen wieder in den Master. Also holen uns den Master als Head. Wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir, das ist unser Master. Hier fehlt alles und hier ist noch der alte Link drin. Das passt. So, Vorgehen ist wieder, ich mache einen Merge, also Merge Issue 1. Und wenn ich das jetzt ausführe, dann sehen wir, aha, gibt es jetzt einen Konflikt. Das war ja Absicht, haben wir eben gerade selber kaputt gemacht. Dann sehen wir, hier gibt es jetzt eine Version, die ist zwar da, aber sie ist nicht direkt committed. Also das ist im Prinzip jetzt erstmal eine gedachte Version, bestehend aus einem Merge zwischen diesen beiden Issues. Und da sehen wir hier, der Konflikt ist jetzt in dem Fall nur einer in diesem Footer Inc. Ja, schauen wir uns da mal an, was er jetzt da reingemalt hat. Dann sehen wir, aha, hier wird jetzt angezeigt, wo das Problem liegt. Also hier gibt es so, was vom Head rausgeworfen worden ist. Dann gibt es beim Issue wieder Dinge, die reingepackt worden sind. Also hier gibt es den Konflikt. Aber so möchte natürlich keiner damit arbeiten. Deshalb nehmen wir uns das Merge Tool. Das rufen sie auf mit Git Merge Tool. Und das erzeugt jetzt Versionen, die zu vergleichen sind. So, dann wird es gestartet. Und dann sehen wir hier, haben wir jetzt zwei Änderungen. Das eine ist hier unten unser Impressum. Und das andere ist hier oben, ah, hier ist irgendwie diese Sonderaktion. Und da hat er jetzt irgendwie festgestellt, die gibt es einmal in der Version, einmal in der Version. Da weiß ich jetzt nicht so genau, was er machen soll. Hier sind so kleine praktische Pfeile dran. Wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne diese Version in diesem Mittelstück. Ja, da sehen Sie, da steht Footer Inc. Das ist die Originalversion. Und das hier ist jetzt die Version, die aus diesen verschiedenen Seiten kommt. Also die Remote-Version und die lokale Version. Also sagen wir, wir wollen von der lokalen Version dieses Nichts. Ja, können wir also hier reinholen. Und wir wollen von der Remote-Version dieses Impressum haben. So soll es aussehen. Wenn es so fertig ist, können wir es dann speichern. Sie haben auch hier die Möglichkeit, zwischen den Fehlern hin und her zu springen. Und hier auf Save, dann wird gespeichert. So, dann machen wir das wieder zu. Also das ist jetzt das, was wir erreichen wollten. Das gefällt uns gut. Das ist jetzt auch alles blau. Das heißt, wir haben alles bearbeitet. Das ist sehr schön. Jetzt schauen wir mal. Also hier hat es jetzt nichts getan. Da liegen jetzt unsere ganzen Dateien rum. Aber in diesem Inc. Folder, da liegt jetzt hier dieses Footer Inc.org. Also da ist jetzt nochmal eine Version, die für dieses Merge gebraucht wurde. Und das wollen wir natürlich nicht haben. Dazu gibt es einen Clean-Befehl. Und der räumt jetzt auf. Also wenn ich jetzt hier nochmal eben ein Deer mache, dann sehen Sie, dann fehlt dieses Org. So, das Ganze liegt jetzt quasi gemerged auf der Platte rum. Dann können wir also jetzt mal eben schauen, ob das alles passt. Schauen wir mal hier in unserem Lokalen. Aha, also das sieht gut aus. Hier gibt es ein Impressum. Drücken wir drauf. Kommen wir hin. Das funktioniert. Schaue ich mir das Ganze nochmal im Chrome an. Ja, gibt es also hier auch Impressum. Das passt. Firefox müsste ja dann eigentlich auch funktionieren. Schauen wir mal. Aha, alles klar. Da unser Impressum. Wunderbar. Sonderangebot. Das ist auch schön. Und was sagt der Edge? Der Edge sagt, ja, ich sehe genauso aus wie die anderen. Warum auch nicht? Ist ja auch alles ziemlich einfaches. HTML. HTML. Gut. Dann muss das Ganze jetzt ja noch hier rüber. Also auf die andere Seite. Das machen wir wieder mit einem Commit. Also jetzt haben wir diese Version hier aufgeräumt. Also im Moment ist die ja noch so gelb. Das heißt, wir haben die jetzt verarbeitet. Dann haben wir dran rumgeschraubt und sind uns jetzt einig, dass die gut ist. Dass die so passt, wie sie sein soll. Und jetzt committen wir sie quasi ins lokale Repository. Einmal da rein. Und jetzt sehen wir hier. Also unsere Issue 1 ist noch hier. Unser Master ist da. Und unser Head zeigt auf den Master. Gut, jetzt das Ganze einmal rüber gepusht, also auf die gegenüberliegende Seite. Und dann sehen wir, wird hier die komplette Versionshistorie eingebaut. Also diese ganze Branch-Historie wird eingebaut. Und das Ganze wird dann entsprechend nach, zu GitHub übertragen. Schauen wir mal eben rein bei GitHub. Also schauen wir mal in unseren Code rein. Dann sehen wir hier, unter Insights können wir das sehen. Also hier gibt es dieses Network. Und da sehen wir jetzt, aha, alles klar. Es ist also folgendes passiert. Das hier vorne ist unser Initial Commit. Dann kommt das Create Ignore. Dann kommt diese Implementierung der ganzen Seite. Dann gibt es zwei Wege. Einmal der Weg hier, wo wir den Issue 2 mit der Sieglinde fertig machen. Und dann hier hin zu dem Merge führen. Und dann gibt es hier den, mit dem wir angefangen hatten. Also dieses Starting an der Nummer 1 zu arbeiten mit dem Impressum. Und entsprechend dann hier das Abschließen von dem Impressum. Und entsprechend der Merge. Production, sehen wir, liegt noch hier. Ja, das passt ja zu dem, was wir uns vorgestellt haben. Ja, der liegt ja hier auch noch an der Stelle. So, und nachdem wir das jetzt alles zusammengefügt haben, haben wir jetzt eine Version, die unser Auftraggeber so haben wollte. Also wir haben diese Sieglinde-Aktion rausgenommen. Wir haben das Impressum eingebaut. Und die Version muss natürlich jetzt auch noch auf den Pfeilzimmer. Und das machen wir dann genau im nächsten Video. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020